Das ist das neue Schienebuch Grünes im Quadrat Historische Gärten im Altenburger Land. Zur gleichnamigen Ausstellungsreihe beteiligt sind das Lindener Museum Altenburg, das Residenzschloss Altenburg, das Museum Burg Prosterstein und das Naturkundemuseum Mauritianum. Die Museen zeigen in diesem Jahr je eine Ausstellung mit Gattenthema. Das Buch ist wunderschön illustriert und in den einzelnen Kapiteln beleuchten verschiedene Autoren unterschiedliche Aspekte der Gartengeschichte im Altenburger Land. Der erste Satz lautet Altenburg ist eine Gartenstadt, doch auch außerhalb der Stadtgrenzen warten im Altenburger Land eine Reihe kulturgeschichtlich wertvoller Gartenanlagen auf ihre Neuentdeckungen. Das Buch ist erhältlich in den Museumsläden und im Shop des Sandstein Verlags Dresden.